Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Mailegungen. Wie immer gibt es am Anfang meiner Legungen einen kurzen astrologischen Forecast, also eine Vorschau über die astrologischen Ereignisse im Mai. Die sind für alle Sternzeichen gleich und die werden auch vor jedes Video geschnitten oder diese Vorschau wird vor jedes Video geschnitten. Du findest aber unten in der Infobox einen Hinweis, wann du dieses Intro überspringen kannst, falls du dir mehrere Sternzeichen anschaust oder dich Astrologie nicht so interessiert. Genau, so, wir beginnen. Am 1. Mai wird Pluto rückläufig. Das ist jetzt schon auch immer ein Happening, aber Pluto geht sechs Monate vorwärts, sechs Monate rückwärts jedes Jahr. Also, Pluto ist noch im Sternzeichen Wassermann. Das ist das größere Happening. Das bleibt ja auch noch komplett den ganzen Mai. Er geht erst am 11. Juni zurück in den Steinbock und das wird dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen tricky Energie, aber da gehen wir dann im Juni drauf ein. Also, 1. Mai, Pluto wird im Wassermann rückläufig und wir dürfen auf jeden Fall damit rechnen, dass da auch nochmal, Pluto ist unser Transformationsplanet, dass da eben auch nochmal Dinge sich zeigen, die verändert werden möchten, weil am 5. Mai, also nur vier Tage später, ist die Mondfinsternis im Skorpion. Pluto ist der Herrscherplanet von Skorpion, deswegen alles, was ich euch jetzt hier zum Mondfinsternis, beziehungsweise zum Vollmond in Skorpion sage, da hat dieser Pluto in Wassermann definitiv auch, wirkt da definitiv mit rein. So, der Vollmond in Skorpion befreit dich von Negativität und die Mondfinsternisergebnisse in Reichweite. Das ist das Grande Finale, so möchte ich es nennen. Diese Mondfinsternis zeigt uns auf, welche Gefühle dürfen transformiert und ein für allemal losgelassen werden. Skorpion Energie ist gefühlsbetonte Energie, deswegen geht davon aus, dass das eine intensivere Zeit sein könnte, aber es ist das, so Ergebnisse in Reichweite. Für mich ist es einfach das Grande Finale, denn wir haben dann, dazwischen wird am 15.5. Merkur noch direkt, also der ist den halben Monat noch rückläufig. Das kann in dieser Eclipse-Season, in der wir sind, von der Sonnenfinsternis im Widder vom 20.04. eben bis dahin, da kann ganz viel an vergangenem Gefühl, viel hochkommen, was wirklich losgelassen werden müssen, damit wir nach unseren Chancen greifen können, Weichweite. So, aber am 19. Mai haben wir den Neumond in Stier, Wohlstand in Sicht. Also hier liegt so dieses, was du jetzt loslässt, was du jetzt veränderst, was du jetzt transformierst, welche Schlacht du da möglicherweise schlägst. Zwei Wochen später sagt das Universum, das ist der Neumond, das Startenergie, das ist die Basis, das Fundament für die Dinge, die Fülle bedeuten, die du dir aufbauen kannst. Stier ist, in der Stierenergie wollen wir realisieren. Zwei Tage, die zwei Tage vor diesem Neumond, am 16. Mai, geht Jupiter in Stier. Jupiter ist der Planet, der uns vorantreibt, uns zu entwickeln, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen, unseren Horizont zu erweitern, aber auch der Planet der glücklichen Chancen. Also, Jupiter in Stier, Neumond in Stier. Wie können wir unsere Zukunft gestalten? Und das zeigt sich hier irgendwie. Am 20.05., einen Tag nach dem Neumond. Tritt Mars, unser Herrscherplanet, ins Sternzeichen Löwe und unterstützt die... Löwe ist eine kreative Energie, eine Energie des zum Ausdruckbringens. Also, was hier... Also, der Monat ist in so zwei große Bereiche unterteilt und 15.05. Merkur wird direkt, da beginnt der neue Bereich. Die erste Hälfte des Monats steht unter Seelenheilung, Transformationsprozesse, Wahrheiten, uns von Negativität befreien, alte Glaubenssätze loslassen, Situationen verlassen, die nicht gut für uns sind, weil wir ein Ziel haben, Ergebnisse in Reichweite oder weil wir ein Ziel sehen. Dieser Transformationsprozess bildet das Fundament für diese Aufbau-Stabilisierungsenergie, die dann am Ende hier wirkt. Eben auch mit Mars und Löwe, mit neuem Schwung, mit neuer Kreativität, mit einer neuen Leidenschaft. Also, dieser Waschgang, das grande Finale, das ist notwendig, damit wir hier anfangen können, unsere Träume zu realisieren. Genau, dann haben wir am 21.05. noch die Sonne, die in Sternzeichen Zwillinge eintritt. Dann beginnt die Zwillingezeit und das war es auch im Großen und Ganzen, was ich dazu sagen habe. Deswegen, vielen lieben Dank, dass ihr jetzt zugehört habt. Ich beginne jetzt mit den Sternzeichen. Hallo, meine lieben Wassermänner und herzlich willkommen zu eurer Mailegung. Ja, heute, wo ich eure Legung aufzeichne, 1. Mai. Ich hoffe, ihr seid gut in den Mai gekommen. Wir schauen mal, meine Lieben. Als erstes möchte ich mal ein paar Karten auslegen und dann gehen wir da gemeinsam durch, mein lieber Wassermann. Schauen, was die Botschaft heute für das Wassermann-Kollektiv ist. Du tust mir bitte den Gefallen und spürst in dich hinein, ob du dich hier in dieser Legung angesprochen fühlst oder nicht. Und wenn du direkt merkst, dass alles, was ich hier erzähle, für dich keinen Sinn ergibt oder einfach nicht auf die Situation, in der du dich befindest, passt, dann mach die Legung bitte einfach aus, denn dann ist sie für einen anderen Wassermann bestimmt. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu deinem Mondzeichen, Mondknoten, Venus. Was auch immer dich irgendwie anspricht, vielleicht passt die Botschaft dann besser. So. Ich habe den Monat in so zwei Hälften unterteilt. So bis 15. Mai ist ja Merkur gläufig mit der Mondfinsternis. Da ist auf jeden Fall so ein bisschen Look to the Past Energie, sagen wir es mal so. Und dann Build the New. So will ich das jetzt mal sagen. Die zweite Monatshälfte ist Build the New. Vor allem mit diesem Jupiter in Stier. Das wird jetzt ein Jahr so bleiben. Jupiter ist ein Jahr in Stier. Das heißt, wir haben jetzt eine Chance, wirklich zu gestalten, aufzubauen, langfristig für Wohlstand zu sorgen. Sowohl im beruflichen als auch im partnerschaftlichen. Die Welt. Okay. Interessant. Embrace heißt empfangen oder umarmen. Aber die Welt ist auch, ja, der Abschluss eines Zyklus, das Gestalten eines Neuen. Okay. Bin gespannt. Engagement Ring. Okidoki, liebe Bauer. Und ein Wedding Ring. Interessant. Also, wir haben den Verlobungsring und die Hochzeit. Aha. Also, ich will das jetzt nicht nur auf Partnerschaften deuten, aber es ist so Next Level, Next Level Energie. So, Dinge kommen beständig in dein Leben. Eine Karte hier aus dem Situation Love Oracle für meine Wassermänner. Grounding. Interessant. Die Karte hatte ich gerade bei den Steinböcken. The Runner. Okay. Angst vor Nähe. Jemand läuft davon. Intensität und Loslassen. Turbulente Zeiten. The Runner. Okay. Vielleicht bist du derjenige, der Angst vor Nähe, Angst vor Intimität hatte. Vielleicht geht es um jemand anderen. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. König der Schwerter, König der Münzen. Also, als erstes nehme ich Angst vor Nähe. Und vor Dingen davonlaufen. Vielleicht ist das hier die Negativität, die gehen darf. So, ich hätte gerne mal eine Botschaft hier zur ersten Monatshälfte für meine Wassermänner. Okay, das Gericht, oder? Ja, das Gericht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Loslassen. Nochmal die Welt. Die neuen Schwerter und der Page der Schwerter. Wir haben auch Negativität. Mit den neuen Schwertern. Wir haben sogar Befrei dich von Negativität. Möglicherweise durch Kommunikation. Kommunikation befreit dich von Negativität. Ich hätte gerne mal den Paschen der Schwerter abgeklärt. Ein klärendes Gespräch. Der Tod. Wow. Okay, meine lieben Wassermänner. Der Vollmond der Zirpion kann dein Leben verändern. Sagen wir es mal so. Der Tod spricht manchmal von Geheimnissen. Oder von Dingen, die im Verborgenen liegen. Dieses Secretive Se- Es fällt mir so schwer, dieses Wort immer auszustrechen. Diese Secretive Energy. So. Okay. Ich hänge gerne mal die zweite Monatshälfte. Aber es ist auch Angst vor Nähe. Auch das kann hier liegen mit dem Tod und der Herrscherin. Ich weiß nur noch nicht, wie. Das wie verstehe ich noch nicht, aber da kommen wir jetzt gemeinsam hin, hoffe ich. Der Wagen und der König der Schwerter. So. Krebs, Skorpion, Wassermann, Stier, Waage habe ich bisher hier. Meine Güte. Ach, der Kerl hier. Okay. Wer hat Angst vor Nähe? Bist du es? Ist es jemand anderes? Ich meine, der Runner Comeback kann auch sein. Aber irgendwie, weil du hier liegst. Ich will euch nicht über einen Kamm scheren, ne? Aber ich weiß schon, dass Wassermänner so ein Thema haben mit emotionaler Distanz. So, Bindungsangst. I don't know. Ich hätte gerne mal den Runner hier abgeklärt. Aber es kommt auf jeden Fall etwas auf dich zu. Ja, okay. Angst vor Nähe. Und. Okay. Eine Karte hätte ich noch. Weil auch dieses im Verborgenen. Acht Stäbe. Okay. Gaster Schwerter. Ist nicht mehr so lange im Verborgenen. Okay. Also. Ich weiß nicht, ob wir hier von einer Person reden, die ein Runner war. Ob du der Runner bist. Ob es generell. Ich will diese. Am meisten nehme ich auf dieser Karte, ich bin vor der Liebe davon gelaufen, weil ich, weil ich immer Angst davor hatte. Oder die Liebe ist immer vor mir davon gelaufen. Aber am Ende des Tages, wenn die Liebe von dir davon gelaufen ist, dann hat sie dir etwas gespiegelt. Ne? So. Es kann aber auch sein, dass eine Person, um die es irgendwie still wurde, sich meldet. Ne? Acht Stäbe Kommunikation. Was ich sehe. Keine Ahnung, von wem wir hier sprechen. Von dir, von der Person, von dir, von der Person, ob du die kennst oder nicht. Das sehe ich nicht. Ich sehe aber, dass du genau damit wieder konfrontiert wirst. Mit der Angst vor Nähe. Aber, um sie dieses Mal zu transformieren. Um dieses Mal die Angst vor Nähe zu überwinden. Mal in den neuen Zug einzusteigen. Oder in den neuen Wagen einzusteigen. Und zu sagen, hey, Angst vor Nähe. Habe ich jetzt schon mehrmals erlebt. Ich sehe dich hier. Dieses Mal mache ich es anders. Hier liegt auch eine Kommunikation. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die Kommunikation auf dich zukommt. Und du aufgerufen bist, deine Angst vor Nähe zu überwinden. Und dein Herz zu öffnen. Und dieses Mal anders zu reagieren. Es anders zu machen. Dich von dieser Negativität zu befreien. Denn offensichtlich sind hier Ergebnisse in Reichweite. Oder ob jemand, der Angst vor Nähe hat, zurückkommt. Dir etwas zu sagen hat. Ein Geheimnis. Etwas, was im Verborgenen lag. Jemand hatte eine Bewusstseinserweiterung. Ich weiß nicht, wer wer ist. Und ich weiß nicht, wer wem konfrontiert. Aber Ast der Kerl, Ast der Schwerter sagt mir, ah, kenne ich schon. Wie gesagt, ob eine neue Person oder eine bestehende Person. Das kenne ich. So, entweder ich bin derjenige, der sagt, oh, das wird wieder sehr nah. Ich fühle diese alte Angst in mir hochkrabbeln. Angst vor Nähe. Aber dieses Mal nehme ich es bewusster wahr. Und dieses Mal treffe ich neue Entscheidungen. Ast der Schwerter, Ast der Kerl. Ich renne nicht wieder vor Intimität weg. Oder, wie gesagt, es ist ein Gegenüber, eine Nachricht, wo jemand tief blicken lässt. Also hier liegt keine Angst vor Nähe. Also in irgendeinem Kennenlernen, in irgendeiner Kommunikation wird diese Angst vor Nähe nochmal thematisiert, um sie loszulassen, um sie zu überwinden. Zweimal die Welt. Also was immer dein Zyklus ist oder war, wo Angst vor Nähe eine Rolle gespielt hat, das kann hier im Mai enden, wenn du andere Entscheidungen triffst, wenn du andere Wege gehst. Wir haben hier Krebsenergie und Ast der Kerl hier. Das ist das, was dich umgibt. Krebs ist Verletzlichkeit. Krebs ist emotionale Energie. Also ich sehe schon, dass das, was passiert, etwas in dir bewirken soll. Und ob jetzt hier jemand zurückkommt und Kommunikation haben wir hier zweimal, eine Kommunikation eröffnet oder ob ein altes Gefühl zurückkommt mit einer neuen Person, weil wir haben auch zwei neue Energien, das weiß ich nicht. Aber hier liegt definitiv die Energie von und dieses Mal mache ich es anders oder dieses Mal gehe ich anders damit um. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel verstanden. Angst vor Nähe ist Angst und davon befreie ich mich, weil ich habe Ziele, die will ich erreichen. Also muss ich mich anders verhalten. So, meine Liebe. Gut, liebe Wassermänner, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zu weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe eine andere Person. Ich sehe dich. Ich werde das so ein bisschen gegenüberstellen. Ich lasse mich da ganz intuitiv durchleiten. Es kann so, es kann so eine ganze klassische Runner-Energie sein, aber darauf will ich mich nicht versteifen. Ich werde aus diesem Extended Reading eine Liebeslegung machen und fragen, was ist das für eine Begegnung? Was ist die Kommunikation? Was ist die Erkenntnis, die du da rausziehen kannst, auf der du einen, ich habe ja zur zweiten Monatshälfte gestalten, gesagt, wo du in einer neuen Dynamik, mit einem neuen Bewusstsein, aber auch mit einem offenen Herzen, neu gestalten kannst, was darf hier gestaltet werden? Und dann lassen wir uns überraschen, was das Extended Reading eben so hergibt. Genau. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. So, für die Wassermänner unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Ich sehe hier zwei Asse, ich sehe zweimal die Welt und ich sehe den Tod. Was war der rote Faden in deiner Vergangenheit, in deinen letzten Beziehungen? So. Wer hatte Angst vor Nähe? Sind die Menschen vor dir davon gelaufen? Bist du vor der Liebe davon gelaufen? Jetzt ist irgendwie ein Meeting Point, an dem du genau an diesen Punkt nochmal kommst. Und ganz ehrlich, Skorpionenergie, ja, das kann intensiv sein, das kann eine Angst machen, da kann eine alte Angst hochkommen, aber sie kommt nicht, die neuen Schwerter, sie kommt nicht hoch, um dich wieder in die größte Not und in die allergrößten Sorgen und Zweifel zu stürzen, sondern sie kommt hoch, um sie loszulassen, um ohne diese Angst weiter durch dein Leben zu marschieren, weit, ne, ohne diese Angst Beziehungen aufzubauen oder Gefühle, ne, so. Also, ich glaube, du wirst hier schon, ne, wie gesagt, mit dieser Totenergie, du wirst hier schon intensive Gefühle haben und möglicherweise auch nochmal richtig, ne, so, oh je, es wird mir zu nah, es wird mir zu eng, ne, ich bin so weich, ich bin so verletzlich, aber ich sehe dich auch, ich sehe dich das reflektieren, ich sehe dich, oder, ne, ich sehe dich das klar erkennen, ich sehe dich das transformieren und ich sehe dich ehrlich gesagt mit diesem Embrace, ich sehe dich es auch zulassen, ne, so, ich habe das Gefühl, ja, die Angst kommt, aber sie hat nicht mehr die Oberhand, sie hat nicht mehr die Oberhand in deinen Entscheidungen, denn am Ende des Tages, ähm, ist hier wieder emotionale Nähe und sie liegt bei dir, just saying, ne, so, ja, meine Lieben, hier ist irgendwie die Klärung oder die Erkenntnis, ne, so der Durchbruch, ähm, ja, was mit Angst vor Nähe zu tun hat, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich bin sehr gespannt, was im Externet rauskommt, was das hier für eine Kommunikation ist, ähm, die, die für dich so eine transformative Wirkung hat. Genau, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen, vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich, ansonsten, hoffentlich, bis bald. Tschüss! 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 Tschüss!